Ich wollte nicht 4-0 verlieren, das ist ja schon mal klar und auch ein großer Dank an den SC Verl, die das rausgehauen haben. Wir wollten es auch nicht geheim halten, also alles gut, wenn man verliert, dann muss man auch dazu stehen. Ich fand, der SC Verl hat das wirklich gut gemacht. Wir haben es nicht so gut gemacht und ich habe es dann direkt auch den Jungs klar gemacht. Ich meine, seit 2007 komme ich hier glaube ich zum Trainingsgländer nach Brakel. Ich habe noch kein einziges gutes Spiel auf diesem Platz gesehen und ich dachte mit meinem Selbstbewusstsein, dass wir das hinbekommen. Aber ich habe es auch nicht hinbekommen und wir haben auch eine Klatsche da bekommen.